ARGH! 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 Warte! ARGH! ARGH! Was? Das wusste ich nicht vielleicht! Ich wusste nicht ob ich engagen sollte aber da hab ich mein Leben gesehen und dachte so ne ne ne, doch lieber nicht! Doch lieber nicht! Mann jetzt schießt doch nur, du könntest ja nicht den Stomport treffen. Hier, ich trepp auch! Okay. Kein Problem. Ja, das wird sehr risky jetzt hier. Mitte fehlt, wobei Mitte ist wieder da und hat seine Ulti ab. Ich geh da jetzt bestimmt rein und sterb. Ich hab Peel. Let's do it. Let's do it. Move up. Oh, diese Knuffer, Q-Roll. Okay, wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben. Let's do it! Nein! Ich verpasse die Lancer nicht aus! Wir machen das, wir machen das. Wir machen das, wir machen das. Oh Gott, wir sind auch noch hier. Was ist auf der Botlay los? Ja! Der ist schon fast so ein Geschrei wie bei der LCS, ey. Du könntest echt deutscher Kommentator für Twitch sein, so. Was ist auf der Botlay los? Ich hab doch nie so was gesehen. Ja, was war denn los? Der Kalista-Mechanics. Also ich sehe einfach nur, auf einmal waren vier Leute hier auf der Botlay. Das war mir dann zu viel Party. Warum kam da Melford auf einmal? Ich hab die ganze Zeit gedacht, dass Melford da oben auf der Mitte hin war. Der war doch nicht einfach, denn der kam von da hinten so rüber. Ja. Oder so, keine Ahnung. Weiß ich. Okay, und das Einzige, was ich jetzt auf dem Minicast gesehen habe, ist so, er kam von hier rüber und ging dann nach dort. Und dann ist er hier gewesen und dann da. Das dachte ich mir auch gerade. Ich glaube, da war er noch nie gewesen. Ich geh jetzt einfach an den Kurz vorbei. Ich kann dir garantieren, er war noch nicht hier gewesen. Da war er wirklich noch nie gewesen. War er schon ein Gewesener gewesen oder war es der das nicht? Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Achso, weil der Dix da auftauchen wird oder was? Möglich wäre es doch. Er könnte da theoretisch hinkommen. Das glaube ich eher weniger. Was du glaubst, Freundchen. Ich kann ja ein bisschen No-Health machen und dann dafür sorgen, dass der mich dann einfach greedy chast und dann habe ich ihn dort hingeführt und dann hast du eine Wette verloren. Oh Gott. Ich will noch ein paar Kills machen. Oh, oh. Malfight ist hier. Ja, wie immer. Ja. Alter, was macht der für ein Damage? Hier, 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 hier. Oh, was macht der für eine Ulti? Ich gu- Gute, was du genockt haben. Ich glaube, da müssten welche aufhören zu Feeden. Nee, was für ein Feet? 0-2-2. Ich hab noch einen Feeden zu vorne. Vielleicht wird er auch in Junker, weil wir ganken kommen. Noch mal. Ich war gerade eben erst gankt. Es werden hier kaputt gegangen. Ja, stimmt irgendwie. Es werden alle längst kaputt gegangen. Das ist ja die Sache gerade. Nö, ich nicht. Ich bin bloß zu lange davon pushen. Ich hab bis jetzt jeden Tod durch Malfight gekriegt. Da hab ich mein Ulti mit daraus geproppt. Ey, Zed ist hinter mir. Und er kommt nicht an mich ran. Uh! Oh, das war's. Mit rankommen. Okay. Ich werde jetzt zu dir kommen. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Nami kommt zu dir. Nami kommt mit. Nami kommt mit. Nami kommt mit. Ich bin gleich da. I'm cool. Warte. 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 Ich bin da. Oh. Da kommt noch ne Nieder. Ich bin da. Jetzt geh ich wieder. Ich bin da. Oh, 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 oh. Das hat alles verändert. Das hat die Klospügel schon fast in eine andere Richtung geschossen. Verstehst du? Das ist ein bisschen mit dir. Das ist ein bisschen wie mit Klopapier auf öffentlichen Toiletten. Wenn man es braucht, ist es nicht da. Aber immer dann, wenn du es nicht brauchst. Und wenn, dann ist es voll geschissen. Und einfach nur irgendwo hingeworfen worden. Ja, das möchte ich so sagen. Auf was für Toiletten gehst du? Auf was für Toiletten gehst du, wenn die mal sauber sind? Okay, wenn die mit Power machen. Es geht nur auf Luxus Toiletten. Wenn die mit Power Max 3000 reinigt sind, okay. So, Brille, hat die Form von deinem Gesicht. What? Ich glaube, es gab dir damit gerade die Zense zu verstehen, dass du ihn mal am Arsch läppen kannst. Ich hatte kein Trüppelchen, okay? Ich hatte kein Trüppelchen. Was? Was? Ich habe Trüppelchen verstanden. Ich denke, es war's. Ja, Trüppelchen. Ja, wenn wir schon bei Toiletten sind, ne? Das habe ich aber auch verstanden, muss ich sagen. Nein, ich sagte Trüppelchen. Ey, Niggles, wie sollen wir das denn schaffen ohne Trüppels? Ohne Trüppels? Trüppels. Gar nicht. Ja, Tur... Ja, das ist auch ganz gut. Ja, ich habe schon gesagt, meine Stärke liegt im Late-Game. Ja, dann fahr mal ein bisschen. Ich farm genug. 133 ist gar nicht mal so schlecht geworden. Ich habe schon wieder versucht... Hab ich eigentlich irgendwie gesehen, dass du eine Kugel getroffen hast, außer eine... Ich bin aber nicht da. Ja? Pass mal auf. Ja? Get... Oh mein Gott, du bist so... Du bist so weilig, ne? Hör auf zu grabben. Okay, dann grabbe ich halt nicht. Zum Glück, dass du eh dann eben was. Get... Wow, what a damage. Oh, wow. Dafür hast du jetzt voll viel damage dafür gepressen. Deine Nidalee kommt, bot. Ich komme auch bot. Okay. Obwohl, ich glaube, ich gehe eher mit. Und wie läuft Top-Lane? Einfach nur nebenbei irgendwie alles neben, ne? Also, ich nehme Top-Lane jetzt gerade mit beiden Tirid. Wow, die Ultimate war gut gesetzt. Das hat... keiner gesehen. Ne, ne, ne. Was hat keiner gesehen? Nichts. Oh, okay. Kling wir die, kling wir die, kling wir die. Weißt du, du hast doch vergessen, dass es Sachen gibt, die du nicht gesehen hast. Stopp! Ich habe gar nichts vergessen. Die nächsten fünf, glaube ich, die nächsten fünf. Dinge, die es nicht gegeben hat, kann ich nicht vergessen. Macht das keinen Sinn? Boah, dieser Grab war kacke. Ja, ist egal, ist egal. Auch so, du hast überlebt. Das ist zwar worth it. Wir haben Nami gekillt und du hast überlebt. Du hast überlebt, habe ich gesagt. Du hast überlebt. Alles klar, Malf hat wieder keine Ulti. Malf hat keine Ulti und keinen Flash. Ich habe ihm sogar eine Flash nicht mehr rausgelegt. Du musst dir eigentlich mal einen Schweigen erkaufen. S.B. könnte Ultimate kasten. So, pass auf. I demand Sacrifice. Der kasten wir uns. Nee, der wird sie nur, äh, taasten. Oh, ich dachte ich hätte. Das war mal hier ein guter Fight. Ja. Wegen einem wundervollen Grab von mir. Einen wundervollen Ulti von mir. Okay. Und, und weil du deine Coup vorher getroffen hast. Das war eigentlich dieser Prä-Schaden, den wir gut gebraucht haben. Also, ich werde jetzt... Dragon? Nein, erst in 50 Sekunden. Wenn du meinst. Ja, wenn ich mein. Also, da ich Top-Lane jetzt beide Turils geholt habe, könnte ich Top-Lane nicht mehr bauen. Ja, dann kannst du ein bisschen... Bauf die Watt-Lane-Supporten. Komm, oder komm mit mir in der Mitte pushen. Ich brauche hier mal ein bisschen Hilfe. Dein Top-Lane ist eh die ganze Zeit da. Ja, ich weiß es. Die letzten Male gankt. Ist denn hier? Dragon. Komm. Ich habe aber keinen Smile, denk dann. Ist egal, haben sie einen Tod. Äh, für dich gibt es einen Schild. Äh, für dich gibt es einen Schild. Wir müssen, das war der Falsche. Meiner. Ohhhh. Shutdown. 10 Sekunden Smite. Boah! Zieh dich an! Junge, ich hatte nix ready. Das wäre jetzt Selbsthoft gewesen für mich. Kann ich 5 Sekunden warten? Warte. Warte. Scheiß drauf. Wer braucht schon warten? Wer braucht Smite? Wer braucht Smite? Wer braucht Smite? Oh Gott. Das war scheiße. Egal, es ist trotzdem. Ich glaube, ich stand da gerade nicht so in dem Ball neben dem Set und denkt so. Ja, gut, was mal nee. Daneben. Boah, gibst du mir mal Kiku und chill? Ach ne, ist ja gar nicht ready. Was habe ich jetzt bei der Fight gemacht? Gar nix. Ach egal, im Webfax, rette dich schon irgendwie. Ja, irgendwie schon. Der Einzige, der mich ein bisschen rauf kriegt, ist dieser Madfight. Alter, was macht der für'n Damage? Oh, was macht der für'n Ulti? Ich bin mir einfach so schlecht, ne? Aber naja, egal. Ich meine, kann das Team dieses Mal meine Mindskill kompensieren? Ich denke, wir machen wieder Ulti-Mate. Deswegen sollten wir jetzt weggehen. Geht mir jetzt 10 Sekunden an, können wir fighten. Dann hab ich mein Ulti-Mate auch wieder. Ich hab jetzt kein Mana mehr. Auf den wartet überhaupt nicht drauf, abgefarmt zu werden. Außerdem, die haben... Die sind... Ja, grad irgendwie besser dran. Funde ich nicht. Ich kann's grad nicht mehr Mana für Ulti-Mate, daher... Das heißt, was jetzt kommen könnte, wäre eine Madfight-Ulti auf uns alle. Dann wären wir irgendwie verkackt. Du kannst noch ein bisschen splitteln. Genau. So wie ich. Deswegen steht der auch zu dritt auf einer Stelle. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit auf die andere Seite, aber wundern geblockt. Ich will mal ein bisschen Botproken. Ja, mach das, okay. Dann gehen wir ihn da weg. Dann geh ich mal top. Du kannst mir gerne helfen bei dem Teil. Oh, kann ich machen. Wobei ich will die Erfahrung haben, ich geh auf Botlane. Das war irgendwie nichts. Wenn du gerade deine Ehe gemacht haben solltest. Nein, ich hab doch nicht meine Ehe gemacht. Dann hätte ich die ja verfehlt. Okay, du hast die gemacht. Das ist irgendwie traurig. Das ist echt traurig. Dass du die da verfehlt hast. Hier Leute, Mitte. Ja, ich komm gleich. Komm jetzt auf. Scheiße. Ich hab dir das doch drauf gegangen. Ich glaub ich mach mal Hilfe. Ja komm. Ich hab dir das doch drauf. Ich hab das doch drauf geflogen. Ich hab das doch drauf geflogen. Bis zum nächsten Mal.